Also, ich muss sagen, vom Klang her finde ich entweder ein Klavier oder ein Orchester sehr schön. Ah, sowas Kratziendes, Unangenehmes, das könnte man ja manchmal bei einem Saxophon festmachen. Spontanität und Auffassungsgabe. Oh, wir sind drei gleich eingefallen und ich kann mich nicht entscheiden. Miles Davis, Prince, Beatles als Gesamtes, irgendwie so vielleicht auch noch, obwohl es... Alles. Billie Jean von mir aus Michael Jackson. Marco, nein, keine Ahnung. Danke schön.